Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Mit professionellem Zimmerei-Handwerk und fachkundig durchgeführten Spenglerarbeiten überzeugt die Kaltenecker Holzbau GmbH in Vilsbieburg. Zu den vielfältigen Leistungen gehört die Errichtung von Holzhäusern, Dachstühlen und Carports genauso wie der Bau von gewerblichen Hallen und Landwirtschaftsgebäuden. Das erfahrene Team unterstützt Sie schon bei der Planung, berät umfassend und geht individuell auf Ihre Wünsche ein. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass sämtliche Arbeiten von der Lieferung über die Montage bis hin zur Fertigstellung problemlos verlaufen. Auf Wunsch werden außerdem die verschiedensten Wartungsservices erledigt. Kunden schätzen die kurzen Reaktionszeiten und die Schnelligkeit der Umsetzung. Viele von Ihnen besuchen auch gerne den Tag der offenen Tür, der alle zwei Jahre stattfindet. Kaltenecker Holzbau – ein Meister- und Ausbildungsbetrieb, dessen Mitarbeiter sich laufend fortbilden.